um ja der herr im gegner timos nemo report hax toxic russian report hax report aimbot hax hat ein spiel der gegner der dregs ich habe schon wieder nicht zugehört aber der redet auch so der nuschel heisst das nicht nuschel oder so das ist nuschel aber ich weiß nicht was das bedeutet und ich habe gedacht die bombe wenn ich mich wenn ich jetzt hochkommen dann habe ich ihn warte jetzt nein warte warte wie jetzt nein jetzt jetzt ja doch nicht vielleicht war ja einfach so schnell dass du ihn nicht gesehen hast haltet ich spiel jetzt nur mit diegel ich habe keinen vork mehr ja martin wenn man letzter ist und hinter mal hinter alex kann ich das leicht muss einfach weiter kämpfen weil wir haben die stats halt umgedreht in ein 11 ja 11 9 wer können die nicht ich war schon jetzt einfach schwart durch weil da kommt immer so ein fegel der mich immer weg nadet decoy the blowing decoy die der 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 er Natürlich bleibt da keiner B. Ich hab grad überhaupt keinen Bock mehr, Alex. Du? Nein, wenn mit mir. Ja, ich. Ich bin zuerst rausgegangen. Nein, ich bin zuerst rausgegangen. Ja, und du musst aber... Mensch, Alter. Aber du bist mit dir geblieben. Ich bin zuerst rausgegangen. Was hättest du denn eigentlich sehen müssen? Ich bin mit dir geblieben. Aber schön, dass ich jetzt wieder keine Kills kriege und so. Passt. Gefällt mir richtig, das ist so scheiße, Spielen. Da kann ich ja nicht durch die Mauer auf. Wie drauf sehen? Echt, halt doch die Fresse, du scheiße. Was ist mit dir? Behindert, oder was? Ja. Oh, hier ist es wieder ein Spot. Ja, ist der Dable da gestanden. Ja, das war ja auf jeden Fall. Das sind Dable da eigentlich ziemlich. K spring gerne herum. K spring gerne herum. K spring gerne herum. Ich hab's gesehen, Alter. Der müsste 10.000. Ja, aber da kann man ja auch gut buffen. Und kurz. K spring gerne herum. Vertrauen dich. Komm, jetzt züchte ich jetzt in der Flange. Okay. Schieß. Genau. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alex. Mein Wallhack ist confirmed. Deine Mutter ist confirmed. Hast du gerade nicht bei Alex zugeschaut, wie ich gesagt hab? Schieß genau jetzt. Ja. Wenn der Short jetzt kommt, ist halt. Oh, oh ja, lecker. Jawoll, lecker. Weil das auch Sinn macht, dass sie von da kommen.